Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Flower. Hier ist wieder Oliver3911. Ich begrüße euch zurück zu diesem Spiel mit den Blumen. Und ja, wie im letzten Part versprochen, gibt es heute wieder eure tägliche Dosis Blumen für euch. Allergiker, guck mal an dieser Stelle bitte weg. Und ja, wir gehen ins vierte Level von Flower. Mal schauen, was uns dort erwartet. In der Realzeit, da wo die Blumen in den Töppen stehen, ist es mittlerweile Nacht geworden. Und offensichtlich im Level auch. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, und Wolken ziehen auf. Der Mond wird verdeckt. Die Straßenbeleuchtung leuchtet. Ja, oder auch nicht. Da muss mal eine neue Glühbirne rein. Ja, wir sind wieder auf einem Feld mit Windmühlen. Diesmal allerdings etwas dunklere Stimmung schon. Es wird Nacht. Oder es ist schon Nacht. Also man sieht da hinten noch den, äh, die Sonne so ein bisschen untergehen. Das da könnte die Sonne sein, wenn man mal so ein bisschen guckt. Oh, die ist auch sehr schön, dieser Unschärfe-Effekt, wenn man so nah an den Blumen dran ist. Das ist natürlich auch schön. Ich setze natürlich den Fokus auch sehr stark auf den Blumen. Bin ja auch noch sehr gespannt, ähm, auf eure Interpretations-Einsätze zu diesem Spiel. Ich werde es vermutlich, ähm, wieder am Stück durchspielen. Also ich mache das hier noch in der ersten Aufnahmesession. Für euch ist ja schon mindestens eine Woche vergangen. Es ist schon der erste Sonntag nach dem ersten Part. Außer es gab keine Verzögerungen beim Let's Play. Beim Hochladen. Aber auf jeden Fall, man müsste eigentlich auch mal eine Pause machen. Ich denke mal, ähm, ich werde am Ende dieses Parts hier definitiv mal einen kleinen Cut setzen und, ähm, die nächste Aufnahmesession dann auf den nächsten Part dann verschieben. Also dann auf einen Part, wenn ich euer Feedback auch mal gelesen habe vom Spiel. Wir fliegen hier mal ein bisschen hoch und sehen uns auch mal ein bisschen das Zeug von oben an. Ah, alte Richtung, egal. Ich hätte es gerne invertiert irgendwie. Kann man das, wartet mal, ich will jetzt mal kurz gucken, was passiert eigentlich, wenn wir Pause drücken. Ah, dann landen wir hier und können instant weitermachen, okay. Also ein richtiges Pausenmenü, was passiert auf Select? Auf Select sehen wir Screenshot. Na gut. Ich dachte, man kann vielleicht irgendwie das 6-Axis noch invertieren irgendwo in der Steuerung. Das wäre natürlich sehr schön. Und kann es eigentlich sein, dass hier im Prinzip diese Blumenwelt sozusagen die Stadt darstellen soll, die aber eigentlich nicht existent ist, weil hier die Blumen sind? Immerhin stehen hier ja auch die Leucht, äh, die Straßenlaternen, ne? Leucht, was wollte ich mit Leucht sagen? Die Leuchten? Egal. Oh, das ist ja auch schön jetzt hier. Dass wir so eine Leuchte an unserem Blumenstrahl haben und Felder damit zum Leuchten bringen, das hat natürlich auch was, ne? Und natürlich reicht ein Kabel, was in der Erde ist, aus, um Strom zu generieren. Na, nicht drüber nachdenken, Oliver. Entwickler haben schon ihren Grund dafür. Was ist hier eigentlich ein kleiner See? Kann ich da noch reinschwimmen? Was sieht eigentlich? Kann ich mit meinen Blüten... Oh, guck mal, hier so ein bisschen Wassereffekte gibt es sogar. Das ist ja ganz schön. Aber wir fliegen mal weiter. Es gibt noch jede Menge Laternen, die beleuchtet werden wollen. Jede Menge. Ich finde es hier auch so ganz schön, weiß nicht. Vielleicht stellt er so eine Art Coexistenz zwischen elektrischer Welt und Natur dar. Ach, Oliver, hör auf, da was rein zu interpretieren. Meine Interpretieren lässt sich immer viel, ne? Muss ich das jetzt hier bei jedem so ein Ding machen und so immer rundherum fliegen und dann so cool beleuchten und so ein Scheiß. Das ist natürlich bei der Steuerung ein bisschen doof. Ja, scheint so. Also ich kann es zumindest machen. Ob ich es muss, ist die andere Frage, aber ich werde es einfach mal machen. Beleuchtete Heulbeilen. Das hat eigentlich auch was für die Realität, nicht wahr? Was ist jetzt? Ah, okay, ich dachte es sei eine Cutscene hier irgendwie, aber nee, ist nicht. Nee, aber wie gesagt, so beleuchtete Heulbeilen, das ist eigentlich ganz cool. Das könnte man, wenn man irgendwie Dorffeste macht oder sowas, gibt es ja auf dem Dorf hin und wieder mal, könnte man das eigentlich mal so einführen. Wenn ich irgendwie auf ein Dorf hören würde und da kreativ was zu sagen hätte, würde ich mal sagen, Leute, steckt doch mal ein paar Glühbirnen oder besser ein paar Energiesparlampen, halt was, was nicht so viel Wärme produziert. Ein paar LEDs in die Heulbeilen rein. Das sieht vielleicht sogar ganz cool aus, wenn man die beleuchtet. Warum nicht? Ich meine, es gibt ja in China auch, da bauen sie ja jedes Jahr so eine Stadt aus Eis und verbrassen da auch zig LEDs und Glühlampen mit rein in das Eis. Und das haben sie halt mal bei Galileo gezeigt. Das sieht schon richtig cool aus, wenn man sich das mal so anguckt. Dieses beleuchtete Eis, das hat richtig, richtig Style im Grunde. Ich glaube, in den USA machen sie sowas auch hin und wieder mal, aber die Chinesen, die treiben das natürlich wieder zum Wahnsinn. Das hat so ein bisschen was von so einem Kornkreis hier, ne? Müssen wir mal, wo die Kornkreise herkommen. Der Wind mahlt sie mit Blüten. Ich glaube, bei der Collectors Edition, also bei der Special Edition, die ich hier habe, ist auch so ein Soundtrack mit dabei. Es gibt auch Entwickler-Kommentare und ich glaube, das höre ich mir mal an bei Gelegenheit. Also die Collectors Edition von Journey ist wirklich recht cool. Also ihr kriegt verschiedenes Zuhause-Material noch dazu und kann man echt empfehlen. Ich werde, glaube ich, auch demnächst mal irgendwie vielleicht ein kleines Gameplay-Video machen von den drei anderen Spielen. Da sind noch so drei Minigames dabei. Aber warte mal, ich habe die Verpackung hier liegen. Vielleicht kann ich euch sogar sagen, wie die heißen. So, da ist die Verpackung. Wie heißen denn? Bonus-Inhalte? Es gibt hier Bonus-Tracks, Trailer, Illustrationen, Spielkommentare und Videos. Ähm, drei berauschende Multiplayer-Mini-Spiele. Das sind diese Dinger, aber, ja. Geht nicht da, wie sie halten. Na gut. Machen wir weiter. Mit Flava. Oh, die ganzen Partikeleffekte, die hier in der Luft fliegen, das ist schon wirklich schön. So, wo ist eigentlich die nächste Blume, die wir anzünden müssen? Das habe ich jetzt leider die Übersicht verloren ein bisschen. Aber ich glaube, dass es hier hinten ist, oder? Ja, ist aus. Okay, muss ich jetzt dieses Riesengebiet hier zum Leuchten bringen? Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich glaube, man passt schon. Ach, sollte ja nicht so schwer sein. Einfach mal einmal durchfliegen. Das ist jetzt wieder so eine Passage, die sich eigentlich ganz gut steuern lässt. Weil hier die Steuerung, das ist ein großes Gebiet. Das ist nicht, ähm, es ist relativ groß halt und man muss nicht so präzise arbeiten dabei. Das läuft eigentlich ganz gut. Gefällt mir irgendwie. Oh. Scheiße, es brennt irgendwie irgendwo. Gott, sie bauen sogar noch eine andere Stimmung mit ein. Rote Lampen und Gras, das steht für Gefahr. Böse Menschen sind hier. Okay. Das hier könnte jetzt so eine Art Illustration für wie die Straßen stuchten von irgendwelchen Großstädten sein. Obwohl das hier ziemlich kaputt wirkt. Vielleicht soll es das ja auch. Es soll kaputt wirken. Oh, mein Gamepad vibriert. Ist das schon wieder das Ende des Levels? Ja, sieht so aus. Aber der Ausblick, der sieht gar nicht so harmonisch aus. Da bin ich ja sehr gespannt, was uns das nächste Level dann bringen wird. Ah, und hier heute segelt kein Blatt vom Himmel. Also denke ich mal fast, dass es tatsächlich diese Sonderblumen sind, die wir einsammeln. Dass wir die in dem Level jetzt natürlich gar nicht gefunden haben, ne? Ist natürlich schade, ne? Sehr schade. Aber naja, was soll man tun? Na gut. An dieser Stelle werde ich euch dann auch wieder abgeben in den nächsten Part, der dann nächste Woche Samstag folgen wird, wenn ihr das direkt zum Molisetag guckt. Ihr könnt natürlich jederzeit noch mal ein anderes Video von mir gucken. Guckt auch mal bei Journey rein, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ebenfalls ein Wet Game Company Spiel, was ich letztes Played habe. Die Playlist dazu findet ihr auf meinem Kanal. Schaut mal rein, wenn ihr wollt. Und was uns hinter dieser lilanen Blume erwartet, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020